Grüß euch! Ich bin der Ronald Reuer vom Reiter in Schlachtring. Vor über einem Jahr habe ich den Betrieb von meinen Eltern übernommen und mittlerweile habe ich eigentlich über eine Million MitarbeiterInnen. Mit der Imkerei vom Reiter habe ich es geschafft, dass ich mein zweites Standbein zum Hauptberuf mache und die Direktvermarktung ins nächste Label-Heap. Online-Shop inklusive. Von der Produktgestaltung bis hin zum Vertrieb. Ich kenne alle Schritte und kann euch zeigen, wie ihr das auch schafft. Wenn ihr eine gute Idee habt und meine Unterstützung dafür braucht, dann schreibt mir eine Mail. Weil vielleicht seid ihr schon dabei bei der ersten Staffel von Abhof. ARD Text im Auftrag von Funk